Die Perry macht gerade eine kleine Erziehungsstunde mit den Welpen. Ja, voll. Die kleine Apollonia hat gerade eine Leerstunde hier bei der Perry. Jetzt kommt der Alphenus dran. Die Apollonia, die kann es ja gar nicht glauben, gell? Ja, voll. 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 Entschuldige, Samson, entschuldige. Ja, der Samson, der darf ja nur hier vorne sitzen, gell, Samsi? Ja. Ja. Och, my. Ja. 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 Ja.